Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Zylinder 11 Injektor leckt. Was bedeutet das? Dies ist ein allgemeiner Fehlercode für die Diagnose des Antriebsstrangs, DTC, und gilt normalerweise für OBDI-Fahrzeuge. Dies kann Fahrzeuge von und so weiter umfassen, ist jedoch nicht darauf beschränkt, obwohl generisch, können die genauen Reparaturschritte je nach Jahr, Marke, Modell und Antriebsstrangkonfiguration variieren. Wenn ihr mit OBDI-2 ausgestattetes Fahrzeug den Code P02C5 gespeichert hat, bedeutet dies, dass das Antriebsstrangsteuermodul PCM einen möglichen undichten Kraftstoffinjektor für einen bestimmten Zylinder des Motors erkannt hat. In diesem Fall für Zylinder Nummer 11, Kraftstoff-Feinspritzdüsen für Kraftfahrzeuge erfordern ein genaues Maß an Kraftstoffdruck, um ein genaues Maß an Kraftstoff in einem genau gesprühten Muster an die Brennkammer jedes Zylinders zu liefern. Die Anforderungen dieses genauen Musters erfordern, dass jeder Kraftstoffinjektor frei von Undichtigkeiten und Einschränkungen ist. Das PCM überwacht Faktoren wie den Grad der erforderlichen Kraftstoffanpassung und die Daten des Abgassauerstoffsensors in Kombination mit der Kurbelwellenposition und der Nockenwellenposition, um einen mageren Zustand zu erkennen und festzustellen, bei welchem Zylinder des Motors eine Fehlfunktion auftritt. Datensignale von den Sauerstoffsensoren warnen das PCM vor einem mageren Abgassauerstoffgehalt und auch danach, welche Bank des Motors betroffen ist. Sobald festgestellt wird, dass an einer bestimmten Bank des Motors ein magerer Abgaszustand vorliegt, hilft die Position der Nockenwelle und der Kurbelwelle dabei, festzustellen, bei welchem Injektor ein Problem auftritt. Sobald das PCM festgestellt hat, dass ein magerer Zustand vorliegt, und den betroffenen Kraftstoffinjektor am Zylinder Nummer 11 lokalisiert hat, wird ein Code P02C5 gespeichert und eine Störungsanzeigelampe, Miel, kann aufleuchten. Einige Fahrzeuganwendungen erfordern möglicherweise mehrere Fehlerzyklen, damit eine Miel beleuchtet wird, ein Querschnitt eines typischen Einspritzventils. Was ist der schwere Grad dieses DTC? Ein P02C5 sollte als schwerwiegend eingestuft werden, da ein magerer Kraftstoffzustand zu Schäden am Zylinderkopf oder am Motor führen kann. Was sind einige der Symptome des Codes? Zu den Symptomen eines P02C5-Fehlercodes können gehören, verminderte Motorleistung, reduzierte Kraftstoffeffizienz, Leernauspuffcodes, Fehlzündungscodes können ebenfalls gespeichert werden. Was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes? Zu den Ursachen für diesen P02C5-Code für Einspritzdüsen können gehören, Kraftstoffinjektordefekt und, oder Undichtunterbrechung oder Kurzschluss der Einspritzventilkreise. Fehlerhafte Sauerstoffsensoren PCM oder Programmierfehlerausfall des Luftmassen MAF oder Verteilerluftdrucksensors MAP. Was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P02C5? MAF und MAP bezogene Codes sollten diagnostiziert und repariert werden, bevor versucht wird, einen Code P02C5 zu diagnostizieren. Ich beginne meine Diagnose gerne mit einer allgemeinen Inspektion des Kraftstoffeinspritzschienenbereichs. Ich würde mich auf das betreffende Einspritzventil konzentrieren. Zylinder Nummer 11 Untersuchen Sie die Außenseite auf Anzeichen von Korrosion und, oder Undichtigkeit, wenn das Äußere des betreffenden Einspritzventils stark korrodiert oder undicht ist, vermuten Sie, dass es ausgefallen ist, wenn im Motorraum keine offensichtlichen mechanischen Probleme festgestellt werden. Sind für eine genaue Diagnose mehrere Werkzeuge erforderlich, ein Diagnosescanner, ein digitales Volt-Ohmmeter, DVOM, ein Automobilstethoskop, eine zuverlässige Fahrzeuginformationsquelle. Als nächstes würde ich den Scanner an den Fahrzeugdiagnoseanschluss anschließen und alle gespeicherten Codes abrufen und Bilddaten einfrieren. Es wird hilfreich sein, wenn sich meine Diagnose entfaltet. Jetzt würde ich die Codes löschen und das Fahrzeug testen, um zu sehen, ob der P02-C5 zurückgesetzt ist. Wenn der Code P02-C5 sofort zurückgegeben wird, führen Sie mit dem Scanner einen Injektorausgleichtest durch. Um sicherzustellen, dass es sich bei der Fehlzündung um ein Injektorproblem handelt, fahren Sie anschließend mit Schritt 1 fort. Schritt 1 Verwenden Sie bei laufendem Motor das Stethoskop, um das betreffende Einspritzventil hörbar zu überwachen. Ein hörbares Klicken sollte gehört und im Muster wiederholt werden. Wenn der Ton überhaupt nicht vorhanden ist, fahren Sie mit Schritt 2 fort. Wenn er überlastet oder intermittierend ist, vermuten Sie, dass der Injektor für Zylinder Nummer 11 ausgefallen oder verstopft ist. Vergleichen Sie bei Bedarf die Geräusche dieses Zylinderinjektors mit anderen. Schritt 2 Verwenden Sie den DVOM, um bei laufendem Motor auf Spannung und Erdungsimpuls zu prüfen. Die meisten Hersteller verwenden ein System mit konstanter Batteriespannung an einem Anschluss des Kraftstoffinjektors und einem Erdungsimpuls vom PCM, der zum geeigneten Zeitpunkt an den anderen Anschluss angelegt wird. Wenn am Stecker des betreffenden Einspritzventils keine Spannung festgestellt wird, testen Sie die Sicherungen und Relais des Systems mit dem DVOM. Ersetzen Sie die Sicherungen und oder Relais nach Bedarf. Ich teste gerne Systemsicherungen mit dem Stromkreis unter Last. Eine defekte Sicherung, die gut zu sein scheint. Wenn der Stromkreis nicht geladen ist, Schlüssel ein, Motor aus, kann bei geladenem Stromkreis Schlüssel ein, Motor läuft. Ausfallen, wenn alle Systemsicherungen und Relais in Ordnung sind und keine Spannung anliegt, verwenden Sie Ihre Fahrzeuginformationsquelle, um den Stromkreis zum Zündschalter oder zum Kraftstoffeinspritzmodul, falls zutreffend, zurückzuverfolgen. Hinweis, seien Sie vorsichtig, wenn Sie Komponenten des Hochdruckkraftstoffsystems testen, austauschen.